Charisma Carpenter ist hier am Strand von Venice. Der Wind hat ihr Shirt hochgeweht und dann macht sie sich bereit für den Strand. Sie ist offenbar sehr stolz auf ihren Körper. Auf Twitter zeigte sie dieses Bild. Dazu hatte sie die Hashtags EarnIt und WorkHeart. Und sie zeigt, dass eine 43-Jährige viele junge Schauspielerin in den Schatten stellen kann. Und sie entspannt sich nicht nur. Auch wenn sie am Strand ist, findet sie genug Zeit, um ihren Bauch zu straffen. Sie schreibt einigen Freunden und es sieht so aus, als ob sie ein Buch von Nick Hornby lesen würde. Es scheint, als ob das Buch Juliet Naked ist. Es ist eine Geschichte über Rock'n'Roll und Liebe. Das ist lustig, denn wir lieben es, wenn Charisma halbnackt ist und sie rockt in ihrem Bikini. Die Gugget contenido ist. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 und 2018 Und hier. Das war der Schassis von Neutern. Die Guggenheit ist ein paar Schmerzen. Die Bikini ist ein paar Schmerzen, die er sich umsachrichten, dass wir uns auf zwei Schmerzen verraten haben. Die Guggenheit ist ein paar Schmerzen. Die Guggenheit ist ein paar Schmerzen.